Guten Abend! Auch außerhalb von Deutschland wird jede Menge verbogenes Blech unter Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen produziert und deswegen machen wir jetzt mal ein sozusagen internationales Trinkspiel mit diesem Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle, die quasi das Gegenstück zur Deutschen Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung in der Schweiz ist, nämlich über die Entgleisung eines Bauzugs am 25. Mai 2019 in Bußwil. Wir trinken jetzt im Folgenden jedes Mal, wenn jemand gegen bahnbetriebliche Regeln verstößt oder über das normale Maß hinausgehenden Einsatz zeigt. Das Unternehmen Scheuchzer war von SBW Infrastruktur als Generalunternehmen mit der Durchführung der Gleiserneuerungsarbeiten zwischen Bußwil und Bühren an der Aare beauftragt worden. Da Scheuchzer nicht über den Netzzugang als Eisenbahnverkehrsunternehmen verfügte, wurden die Bahnleistungen zwischen Bußwil und Lies von Scheuchzer an das konzessionierte Eisenbahnverkehrsunternehmen Valo International vergeben. Die Leistungen des Lokführers B100 wurden von Valo International bei Pannlok zugekauft. Hintergrundinfo, was ist ein Lokführer B100? Auch in der Schweiz gibt es wie in Deutschland bei den Triebfahrzeugführern die Führerscheinklassen A und B. Klasse A ist beschränkt auf Rangierfahrten und Fahrten in gesperrten Gleisen und Klasse B ist ein Strecken-Lokführer. Ein Lokführer B100 ist allerdings nur bis 100 kmh geeicht. Das ist die zweithöchste Führerscheinklasse. Darüber kommt dann nur noch die Klasse B ohne Beschränkungen. Das ist also dann ein Lokführer, der sich bis Überschallgeschwindigkeit mit Triebfahrzeugen bewegen darf. Am Nachmittag des Freitags, 24. Mai 2019, erkundigte sich der Lokführer B100 beim Bauleiter telefonisch nach dem Programm des nächsten Tages. Am Morgen des Samstags, 25. Mai 2019, gegen 7.28 Uhr verlangte der Arbeitsstellenkoordinator ACO bei der SBB-Betriebszentrale in Olten die Sperrung von Gleis 1. Ablauf des Ereignisses. Am Vormittag des Samstags, 25. Mai 2019, wurden auf dem gesperrten Gleis 81 Arbeiten durchgeführt. Während dieser Arbeitsphase war die Baumaschine Puskal S. am Schluss der Baukomposition angehängt. Es war geplant, dass am Nachmittag eine Wagengruppe der Baukomposition mit dem Zug 33359 von Buswil nach Lies überführt werden sollte. Gegen 13 Uhr wurden die für diesen Tag vorgesehenen Arbeiten beendet. Die Baumaschine Puskal S. blieb am Schluss der Wagengruppe angekuppelt. Das Baustellenpersonal ließ die Baumaschine in Arbeitsstellung mit ausgefahrenen Aushubarmen stehen, zog die vier Feststellbremsen an und verließ anschließend um ca. 13.30 Uhr die Arbeitsstelle. Der Sicherheitschef SC erstellte eine Liste der nach Ankunft des Zuges 33359 im Bahnhof Lies auszuführenden Rangierbewegungen. Gegen 13.45 Uhr brach der SC in Buswil auf und begab sich zum Bahnhof Bühren an der Aare, wo sich das Büro der Arbeitsstellenkoordination befand. Gegen 14.00 Uhr übergab der AKO 1, der sich im Bahnhof Bühren an der Aare befand, den Dienst an den AKO 2. Die am Vormittag ausgeführten Rangierbewegungen waren in Papierform aufgelistet. Der aktuelle Standort der Fahrzeuge war auf der Tafel im Büro der AKO grafisch dargestellt. Gegen 14.15 Uhr traf der Lokführer B100 mit dem Auto am Bahnhof Bühren an der Aare ein. Er hatte weder mit dem AKO 2 noch mit dem SC-Kontakt. Gegen 14.20 Uhr erkundigte sich der Lokführer B100 beim Bauleiter, der an diesem Tag keinen Dienst hatte, telefonisch nach den Einzelheiten seines Auftrags. Der Bauleiter teilte ihm mit, dass er sich nach Buswil begeben solle, wo der Zug auf Gleis 1 bereitstehe. Auf diesen über das normale Maß hinausgehenden Einsatz des Bauleiters trinken wir, weil der hatte ja überhaupt keinen Dienst und hat allerdings trotzdem sich eingebracht. Prost! Naja, wahlweise kann man allerdings auch darauf trinken, wenn der nicht im Dienst war, dann hat der eigentlich allerdings auch die Klappe zu halten und dann nicht irgendwelche Anweisungen reinzugeben und Verwirrung zu stiften. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das also auch in irgendeiner Form einen Regelverstoß darstellt. Gegen 14.35 Uhr traf der Lokführer B100 am Bahnhof Buswil ein und zog seine persönliche Schutzausrüstung an. Das ist löblich. Gegen 14.40 Uhr meldete er telefonisch sich beim SC. Der SC sagte ihm, dass der Zug bereitstehe und er selbst nach Buswil zurückkehre. Gegen 14.45 Uhr meldete sich der Lokführer B100 im Führerstand der Lok Rino 3 beim Lokführer A40. Das ist also ein Triebfahrzeugführer, der nur rangieren darf und Fahrten in gesperrten Gleisen durchführen darf. Und dieser Lokführer hat eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 40 kmh. Wenn der sich schneller bewegt, fliegt ihm wahrscheinlich die Perücke weg oder so. Der in Begleitung eines weiteren auf diesem Typ von Diesellok auszubildenden Lokführers A40 war. Der Lokführer B100 rüstete sich mit dem Funkgerät aus und führte die Zuguntersuchung von der Spitze bis zum Schluss durch. Dabei kontrollierte er nur die in Fahrtrichtung linke Seite des Zuges. Das ist sträflich. Trinken wir drauf. Prost. Eine Zugsliste stand ihm nicht zur Verfügung. Wagenliste wahrscheinlich, ne? Er löste die vier Handbremsen der Baumaschine Puskal S. am Zugschluss, bemerkte nicht, dass deren Aushubarme ausgefahren waren und führte die Bremsprobe durch. Gegen 15 Uhr begab sich der SC zu den beiden Lokführern A40 des Unternehmens Scheuchzer in den Führerstand, um ihnen den Ablauf der in Lys auszuführenden Rangierbewegungen zu erklären. Bei seiner Rückkehr begegnete er dem Lokführer B100, der den Zug wieder bestieg. Er sagte ihm, dass die Aushub- und Energiewagen für Lys bestimmt seien. Der genaue Inhalt des Gesprächs zwischen dem SC und dem Lokführer B100 konnte nicht rekonstruiert werden. Der Lokführer B100 begab sich in den Führerstand der Lok Rino 3. Er sollte die Fahrt von Buswil nach Lys pilotieren, also Beimann spielen, da die Lokführer des Unternehmens Scheuchzer lediglich einen Ausweis A40 besaßen, also Streckenfahrten nicht durchführen durften, selbstständig. Anschließend teilte er dem Arbeitsstellenkoordinator 2 telefonisch mit, dass er zum Verlassen der Arbeitsstelle mit der Komposition bereit sei. Um 15.11 Uhr protokollierte der Akku 2 die Meldung Rino 1. Da ist eine Fußnote dran. Rino 1, tatsächlich handelt es sich um die Lok Rino 3. Transport 1, Puskal S, Name des Lokführers, bereit in Buswil für Fahrt nach Lys. Danach kontaktierte der Lokführer B100 den Fahrdienstleiter und meldete ihm, dass der Zug 33359 auf Gleis 1 in Buswil bereitstehe. Im Führerstand der Lok Rino 3 wusste niemand genau, wie viele Wagen die Komposition zählte und wie viele Wagen leer oder beladen waren. Hm. Bremszettel, Anyone, Wagenliste, nicht? Prost. Als um ca. 15.20 Uhr das Signal auf Fahrt gestellt wurde, wies der Lokführer B100 den Lokführer A40 an, den Zug in Bewegung zu setzen und auf die zulässige Ausfahrgeschwindigkeit von 40 kmh zu beschleunigen. Nach einigen hundert Metern bemerkte der Lokführer A40, dass sich der Fahrt ein Widerstand entgegensetzte. Daraufhin entleerte sich die Hauptluftleitung und der Zug kam zum Stillstand. Die Lokführer stellten fest, dass die Baumaschine Puskal S auf Gleis 1 entgleist war. So sah das dann aus. Das Ding ist also offenbar so eine, in Deutschland würde man sagen, Betungsreinigungsmaschine. Und hier liegt irgendwie ein Fahrleitungsmast einmal quer über dem Gleis. Es wurde niemand verletzt. Das Perron 1 wurde stark beschädigt. Wunderschönes Wort. Perron. Bahnsteig. Ganz früher wurden auch in Deutschland die Bahnsteige als Perron bezeichnet. Das Wort ist dann irgendwann in Deutschland aus der Mode gekommen. Das Gleis 1 zeigte eine Verformung entlang des Perrons. Mehrere Fahrleitungsmasten wurden umgerissen. Ein Fahrleitungsjoch fiel auf das Perron der Gleise 2 bis 3. Auf Gleis 81 wurden zwei Zwergsignale ausgerissen. So sah das dann aus. Hier liegt irgendwie ein Maschinenteil auf dem einen Bahnsteig. Und der andere Bahnsteig, der hier links zu sehen ist, ist hier nochmal von nahe zu sehen. Da hat die Baumaschine wirklich ganze Arbeit geleistet. Ausgerissenes Zwergsignal auf Gleis 81. Aber der Zwerg leuchtet, so wie es aussieht, noch ganz tapfer. Trotz Kollision mit einer Baumaschine. Das ist auch Einsatz über das normale Maß hinaus. Prost. An der Baumaschine Puskal S entstanden erhebliche Schäden. Oh, ja. Ich glaube, das Ding ist nicht mehr profilfrei. Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Schraubfix. Infolge eines Hydraulikleitungsbruchs lief eine geringe Menge an biologisch abbaubarem Öl aus der Baumaschine Puskal S aus. Beteiligte und betroffene Personen, Bahnpersonal, Lokführer B100 und Zuguntersuchung. Die verlangten Kenntnisse zum Befahren der Strecke von Buswil nach Liss waren nicht erlangt worden. Er hatte also keine Streckenkenntnis. Prost. Das ist genauso wie in Deutschland auch in der Schweiz zwingend erforderlich. EVU-Bescheinigung, BLS, SBW, Südostbahn, SRT und Walo. Sind das die Beiblätter, die der hat? Junge, Junge. Also wenn das so ist, das wäre auch in Deutschland sehr, sehr sportlich, wenn also ein Lokführer Beiblätter von 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Firmen hat. Muss der ja auch von jeder dieser Firmen jeweils den regelmäßigen Fortbildungsunterricht mitmachen. Ui, ui, ui. Hm. Naja, vielleicht interpretiere ich das allerdings auch falsch hier. Lokführer A40. Mal gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes dabei steht. Am Unvolltag hatte der Bauleiter keinen Dienst. Hätte er mal besser gehabt. Man sieht, wenn der Chef nicht da ist, tanzen die Mose auf dem Tisch. Und dann passiert hier so eine Scheiße. Arbeitsstellenkoordinator 1 und 2. Arbeitsende am Unfalltag, nach dem Unfall. Na, dann hat sich die Sache doch gelohnt. Immerhin früher Feierabend gehabt, nachdem der Haufen dann da lag. Verantwortlicher Eisenbahnverkehrsunternehmen Walo International war ein Mitarbeiter der Bahnsupport GmbH, angestellt bei Walo International AG. Beim EVU Walo International nimmt diese Person gleichzeitig die Funktionen des Leiters Operation, des Leiters Fahrdienst und Ausbildung, des Leiters Technischer Wagendienst, sowie des Verantwortlichen Überwachung, Risiko, Sicherheit, Qualität wahr. Gibt es irgendwas, wofür diese Person nicht zuständig ist? Naja, das liest sich so ein bisschen so wie die Beschreibung von einem deutschen Eisenbahnbetriebsleiter, wofür der alles zuständig ist. Irgendwie sowas ähnliches wird das wahrscheinlich hier dann sein. Im Sinne des Sicherheitsmanagementsystems von Walo International gilt dieser Mitarbeiter als unternehmensinterner Mitarbeiter des Eisenbahnverkehrsunternehmens, der ja eigentlich ein Mitarbeiter der Bahnsupport GmbH ist und allerdings dann bei Walo angestellt ist. Das sind Subunternehmerstrukturen hier, junge Junge. Eine grafische Darstellung der Beziehungen und Zuständigkeiten der Personen und Unternehmen findet sich in Anlage 5, Abbildung 16. Ja, es ist kompliziert, wer mit wem und wie oft. Subunternehmer, Arbeitsstellenkoordinator und Sicherheitschef kamen von der Frutiger AG Personaldienstleistungen aus Thun und der Walo Bertschinger AG aus Gümmlingen. Es wird immer besser. Die Sicherungsanlage des Bahnhofs Buswil funktionierte korrekt und ist nicht ursächlich für das Ereignis. Fahrzeuge, Bauzug 3359. Folgende Fahrzeuge waren auf Gleis 81-1 im Bahnhof Buswil hinter der Diesel-Log Rino 3 von Scheuchzer eingereiht. 13. Leere Wagen Xass. Da kann ich mal eben Fotos von zeigen. Was ist ein Xass-Wagen? Wie sieht der aus? Ich vermute, dass es sich da um solche Fahrzeuge hier handelt. Ist so, wie es aussieht, nicht unähnlich zu einer Materialförder- und Siloeinheit MFS, wie sie in Deutschland verwendet wird. Man sieht hier allerdings, es gibt offenbar zwei ganz sehr verschieden aussehende Varianten von Xass-Wagen. Es gibt also sowohl Wagen für Altschotter, das sind diese hier, als auch für Neuschotter, das sind dann die hier. Ein Transportwagen, dann nochmal neun Wagen Xass, davon fünf beladen und vier leer. Ein Übergabewagen Triwag. Ein Tamponwagen. Ja, das ist kein Spaß, when it's the time of the month. Das gibt einem an solchen Tagen einfach ein Gefühl von Sicherheit, wenn man weiß, man hat noch eine Güterwagenladung Tampons in der Hinterhand. Nein, im Ernst. Wenn ihr mir sagen könnt, welche Funktion dieser Tamponwagen in diesem Bauzug hat, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich was lerne. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Ein Werkstattwagen Puskal S, drei Silowagen Puskal S, eine Baumaschine Puskal S. Fahrzeughalter der 22 Wagen Xass ist SBB Infrastruktur. Fahrzeughalter der übrigen Wagen ist Scheuchzer. Dem Personal in der Lok Rino 3 stand keine vom Eisenbahnverkehrsunternehmen erstellte Zugliste zur Verfügung. Hatten wir da jetzt eigentlich schon drauf getrunken? Ich weiß es nicht mehr. Trinken wir nochmal. Prost! Die beiden Aushubarme links und rechts der Baumaschine Puskal S waren ausgefahren und überragten das seitliche Profil des Fahrzeugs. Der linke Aushubarm prallte gegen die Perronkante von Gleis 1, was zur Entgleisung der Baumaschine Puskal S führte. Auf der Baumaschine Puskal S war kein Zugschlusssignal angebracht. Prost! Naja, das war zwar eigentlich richtig, dass an der Baumaschine kein Zugschlusssignal angebracht war, weil die Maschine sollte ja eigentlich in Buceville zurückgelassen werden. Allerdings hätte der Lokführer, der die Zugvorbereitung gemacht hat, der hätte das halt merken müssen, dass auf dem Zug, den er da vorbereitete, dass da kein Schluss drauf war. Wenn die Maschine in der Transportstellung versetzt wird, werden die beiden Aushubarme durch eine über einen Hydraulikzylinder gesteuerte Achse eingefahren und verriegelt. Ein Sensor kontrolliert, dass sich die Arme in Verriegelungsstellung befinden und quittiert dies dem Maschinisten. Kommunikation Die Kommunikation zwischen dem Lokführer B100 und dem Bauleiter bzw. dem Sicherheitschef erfolgte über das öffentliche GSM-Netz. Es liegen keine Gesprächsaufzeichnungen vor. Außer vielleicht möglicherweise beim Geheimdienst. Hm, weiß man nicht. Die Kommunikation zwischen dem Lokführer B100 und dem Sicherheitschef im Bereich von Gleis 1 kurz vor der Entgleisung erfolgte im direkten Gespräch. Haben die also tatsächlich das Gespräch miteinander gesucht und gesprochen? Face-to-Face-Kommunikation Die Gespräche zwischen dem Lokführer B100 und dem Fahrdienstleiter bei der Meldung der Fahrbereitschaft wurden über das GSM-R-Netz der SBB geführt. Die Gespräche wurden aufgezeichnet. Sie bringen keine neuen Erkenntnisse zur Klärung der Unfallumstände. Auswertung der Datenaufzeichnung Fahrtenschreiber der Lok Rino 3 Nach der Abfahrt von Gleis 1 beschleunigte der Zug 33359 auf eine Geschwindigkeit von 25 kmh. Bis zum Stillstand legte er eine Distanz von 521 Metern zurück. Die Hauptleitung entleerte sich 59 Meter vor der Stelle, an welcher der Zug zum Stehen kam. Der Lokführer leitete keine Schnellbremsung ein. Naja, ging wahrscheinlich auch alles sehr, sehr schnell. Besondere Untersuchungen Das Wetter Ja, Tag war es, gute Sichtverhältnisse und die Schienen waren trocken. SBB Infrastruktur als Infrastrukturbetreiberin stellte die Funktion der Gesamtprojektleitung für die Erneuerung sicher und die Sicherheitsleitung mit der Erstellung des Sicherheitsdispositivs für die Baustelle. Sicherheitsdispositiv, das habe ich im Vorfeld nachgeschlagen. In Deutschland würde man das also Betriebs- und Bauanweisung, kurz BETRA, nennen. Subunternehmen Das Unternehmen Scheuchzer wurde von SBBI als Generalunternehmen für die Durchführung der Gleisernauerungsarbeiten zwischen Buswil und Bühren an der Ahrer beauftragt. Da Scheuchzer nicht über einen Netzzugang als Eisenbahnverkehrsunternehmen verfügte, wurden die Bahnleistungen zwischen Buswil und LIS von Scheuchzer an das EVU Valo International vergeben. In der Arbeitsstellenorganisation wurde keine zentrale Anlaufstelle, ein sogenannter Single Point of Contact, definiert, die sämtliche Informationen sammelte und koordiniert weitergab. Sicherheitsmanagementsystem des EVU Valo International Hier jetzt mal eben im Franziska-Lock drüber. Die Verantwortung für die Planung des Schienenverkehrs liegt beim Leiter des Bereichs Operation. Mit der betrieblichen Zugvorbereitung wird unter anderem sichergestellt, dass die Vorgaben betreffen die Topografie der zu befahrenen Strecken. Ja, in der Schweiz ist das ja noch viel ernster als bei uns in Deutschland. Die haben ja dort wirklich Steilstrecken teilweise auch. Das Bremsverhältnis sowie die Zusammensetzung der Anhängelast eingehalten werden. Die ABFTV des Eisenbahnverkehrsunternehmens beinhalten keine Ausnahmen betreffend die Unterlagen, die dem Lokführer abzugeben sind. Die Verantwortung für die Zugvorbereitung liegt beim Leiter des Bereichs Fahrdienst und Ausbildung. Also dieser arme Tropf da, der auch als Sub-Sub-Sub-Unternehmer da irgendwie von dieser Warnsupport GmbH als so eine Art Eisenbahnbetriebsleiter angestellt war. Der trägt also die Gesamtverantwortung für die Zugvorbereitung. Allerdings muss er sie nicht zwingend selber machen. Ausbildung für sicherheitsrelevante Tätigkeiten. Die Verantwortung für die Ausbildung für sicherheitsrelevante Tätigkeiten liegt, wer hätte es gedacht, beim Leiter des Bereichs Operation sowie beim Leiter des Bereichs Fahrdienst und Ausbildung. Schon wieder dieser Sub-Sub-Sub-Bahnsupport-Mitarbeiter. Fahrordnung. Dem Personal lag lediglich die Fahrordnung des Zuges 33359 in schriftlicher Form vor, welche die Fahrzeiten Buswil 15.09 nach Liss 15.14 enthielt. Dieses Dokument enthält keine Angaben über die Zusammensetzung des Zuges, Länge, Achszahl, Gewicht, Zug- und Bremsreihe. Beim DB-Code des Zuges 33359 handelt es sich um den DB-Code von SBB Infrastruktur. Na, das ist doch erfreulich für das Eisenbahnverkehrsunternehmen, weil bedeutet, dass SBB Infrastruktur die Rechnung für diese Zugfahrt dann zahlt, die Trassengebühren. Vor den Arbeiten erstellten Scheuchzer und Valo International gemeinsam eine Liste der Transporte. Machines, Buren bis Busville, Etat, Euro, 14.02.2019. Entschuldigt, mein Französisch. Ich habe von Französisch leider keine Ahnung. Nie gelernt. Für Samstag, 25. Mai 2019 ist auf dieser Liste der folgende Transport aufgeführt. Die Achszahl und das Gewicht des Zuges sind auf dieser Liste nicht angegeben. Weder der Akku noch der SC noch die drei im Führerstand anwesenden Lokführer hatten Kenntnis von diesem Dokument. Hätten sie davon Kenntnis haben müssen, dann müssten wir trinken. Hm, weiß ich nicht. Naja, verzichten wir mal drauf. Strecken- und Bahnhofskenntnisse Gemäß FDVR 300.13 Lokführer, Ziffer 252 gilt folgendes. Auszug aus Anlage 4, Abbildung 15. Der Lokführer ist berechtigt, diejenigen Strecken und Bahnhöfe zu befahren, für die er die nötigen Kenntnisse erlangt hat. Zum Erlangen der Kenntnisse ist ein viermaliges Befahren in jeder Richtung erforderlich. Nach Möglichkeit einmal bei Dunkelheit. Der Lokführer B100 hat die zum Erlangen der Streckenkenntnisse auf dem Abschnitt zwischen Buisville und Lys erforderlichen Fahrten nicht durchgeführt. Ich glaube, da hatten wir schon drauf getrunken, ne? Soll aber einmal zu Fuß entlang des Gleises von Lys nach Buisville gegangen sein. Na, das ist doch mal ein Satz über das normale Maß hinaus. Da trinken wir drauf. Prost! Ein wackerer Wandersmann. Dieses einmalige Ablaufen der Strecke konnte der Sust nicht nachweislich vorgelegt werden. Hm, gab es kein Foto vom triumphalen Zieleinlauf in Buisville? Hätten sie mal besser eins gemacht, dann hätten sie einen Beweis gehabt, den sie der Sicherheitsuntersuchungsstelle vor hätten vorlegen können. Das EVU Valo International hat beim BAV keinen Antrag für eine Ausnahme von den Vorgaben zum Erlangen der Streckenkenntnisse eingereicht. Mhm, die Möglichkeit hätte also auch noch bestanden. Infrastrukturverkehrssteuerung. Für den Zug 33359 existierte keine Zugsliste mit Angaben zur Formation, Länge und Gewicht der Anhängelast. Das Ausfahrsignal in Buisville wurde auf Fahrt gestellt, ohne dass die Infrastrukturbetreiberin Kenntnis von der Zusammensetzung des auf ihrem Netz verkehrenden Zuges hatte. Das ist also auch nochmal in irgendeiner Form ein Regelverstoß. Dann trinken wir auch drauf. Prost! Es lag lediglich eine Fahrordnung mit Angabe von Abfahrts- und Ankunftszeit vor. Auf dieser war der Debi-Code 33XXX aufgeführt, welcher dem EVU SBB Infrastruktur zugeordnet ist, obwohl es sich beim EVU, welches die Transportleistungen durchführte, um Valo International handelte. Ist das jetzt auch ein Verstoß gegen irgendwelche Regeln? Keine Ahnung. Verzichten wir mal aufs Trinken. Befragungen. In diesem Kapitel sind ergänzende Angaben, die sich aus den Befragungen ergeben haben, aufgeführt. Ausgenommen ist die Beschreibung des Ablaufs der Ereignisse, die sich im Kapitel 1.3 befindet. Am Vorabend des Unfalls hatte der Bauleiter telefonischen Kontakt mit dem Lokführer B100. Er teilte ihm mit, dass die Aushubwagen nach Lys zu überführen seien und die Lok ohne Anhängelast nach Busville zurückkehren solle. Der Bauleiter hatte keine Kenntnis von der Zusammensetzung der Komposition und von der Anzahl zu überführender Wagen. Der SC hatte ihm angegeben, was zu überführen sein würde. Der Bauleiter übermittelte diese Information telefonisch an die Disposition des Unternehmens PanLok, welche die Zuganmeldung in der Regel vornehmen muss. Arbeitsstellenkoordinator 1. Der AKO 1 erstellte die Liste der Rangierbewegungen sowie den Situationsplan der Fahrzeuge. Arbeitsstellenkoordinator 2. Auf dem Situationsplan auf der Tafel im Büro der AKO war auch der Standort der Baumaschine Puskal S ersichtlich. Der AKO 2 wusste nicht, dass die Baumaschine Puskal S in Busville bleiben sollte. Als der Lokführer B100 den AKO 2 anrief, fragte der AKO 2 ihn, mit welcher Komposition er fahren wolle. Hm, was ist das denn hier? Choose your own adventure. Also gefühlt ist das ein bisschen schlecht, wenn der Arbeitsstellenkoordinator, der alles koordiniert, dich dann als Lokführer fragt, mit welcher Komposition möchtest du heute fahren? Die vom Lokführer beschriebene Zusammensetzung der in Gleis 1 abgestellten Komposition entsprach derjenigen, die auf der Tafel im Büro der AKO in Büren an der Aare aufgeführt war. Sicherheitschef. Als sich der Sicherheitschef und der Lokführer B100 auf Gleis 1 in Busville begegneten, sagte der Lokführer dem Sicherheitschef, dass er zwei Handbremsen in der Mitte und hinten gelöst habe. Der Sicherheitschef fragte, ob er sie an den Aushubwagen gelöst habe und falls nicht, wo sonst. Der Lokführer bestätigte ihm, dass er die Bremsen an den Aushubwagen gelöst hatte. Nach dem Gespräch begab sich der Sicherheitschef mit dem Auto nach Lies. Nachdem er über die Zugentgleisung informiert worden war, kehrte er umgehend nach Busville zurück. Dem Sicherheitschef lag keine Zugsliste vor. Hätte er eine haben müssen? Wollen wir darauf trinken? Lass uns nochmal trinken. Prost. Lokführer A40. Der Lokführer A40 hatte den Auftrag, die Lok Rino 3 zu führen. Er wusste nicht, wie viele Wagen die Anhängelast des Zuges 33359 umfassen sollte. Der SC kam in den Führerstand, um die in Lies auszuführenden Bewegungen zu besprechen. Der Lokführer wusste nicht, welche genaue Funktion der SC hatte. Das ist doch auch mal gut. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder welche genaue Funktion du hier hast, aber du guckst ziemlich grimmig. Ich tue mal besser das, was du sagst. Lokführer A40 in Ausbildung. Der Lokführer war in Ausbildung auf der Lok Rino 3. Er wusste nicht, wie viele Wagen die Anhängelast des Zuges 33359 umfassen sollte. Aber hier fehlt der Satz, dass der nicht wusste, welche genaue Funktion der SC hatte. Möglicherweise wusste also der Azubi, welche genaue Funktion der Sicherheitschef hatte. Das wäre doch mal löblich. Lokführer B100 und Zugsuntersuchung. Die wichtigsten Aussagen des Lokführers B100 bei der Befragung durch die SUST finden sich unter Ziffer 13 Ablauf des Ereignisses. Der Lokführer wies darauf hin, dass ihm keine Zugliste vorlag, weil die Anzahl der zu befördernden Wagen bei einem Zug mit dem DIVICODE 33XXX nicht erwähnt wird. Aha. Ist das bei Zügen von SBB-Infrastruktur also irgendwie immer so oder was? Merkwürdig. Gesetzliche Bestimmungen. Das können wir uns, glaube ich, mal schenken. Der Zugvorbereiter hat sicherzustellen, dass die Lauffähigkeit und Betriebssicherheit gewährleistet sind, die Seitentüren und andere Verschlüsse an Wagen und Behältern geschlossen und gesichert sind, die Güterwagen vorschriftsgemäß beladen und die Ladeeinheiten und die Behälter gesichert sind. Betriebliche Zuguntersuchungen der Zugvorbereiter hat sicherzustellen, dass der Zug vorschriftsmäßig formiert ist, die Fahrzeuge richtig gekuppelt sind. Bei dem Thema hat ja in Deutschland die DILAI GmbH besondere Expertise. Funktionstüchtige Bremsen in vorgeschriebener Art und Anzahl vorhanden und verteilt sind, sowie die Umstellvorrichtungen richtig gestellt sind, genügend von der Wirkung der automatischen Bremse unabhängige Bremsmittel zum Sicherstellen der Mindestfesthaltekraft vorhanden sind, der Zug mit den vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenständen, Kennzeichnungen und Signalmitteln versehen ist, zum Beispiel Zugschluss hinten drauf, und die Bremsprobe durchgeführt ist. Kapitel R300.12 Arbeiten im Gleisbereich der FDV beinhaltet folgende wichtige Vorschriften. Verantwortung Die Infrastrukturbetreiberin ist für die Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich sowohl auf eigenen Arbeitsstellen als auch auf solchen von wahnfremden Bauherrschaften verantwortlich. Analyse Hier gehen wir jetzt auch mal so ein bisschen im Schweinsgalopp drüber und greifen hier nur ein paar einzelne Sachen raus. Aufgrund der komplexen Organisation und der großen Anzahl von beteiligten Parteien ging jeder davon aus, dass jemand anderer für die Erstellung der Zugsliste und die Überprüfung der Zusammensetzung der Zugkomposition zuständig war. Der Sicherheitschef war die einzige während des gesamten Tages anwesende Person, die wusste, dass die Baumaschine Puskal S nicht nach Liese überführt werden sollte. Da die Zusammensetzung der Wagen, die zwischen Buswil und Bühren an der Aare und in die Gegenrichtung verkehrten, immer wieder wechselten, wurden die Fahrten zuweilen auf dem Debikode 33XXX von SBB Infrastruktur verbucht. Am Vorabend des Unfalls hatte der Bauleiter von Schrochzer eine entsprechende Anordnung an Pann-Lok gemacht. Der Lokführer B100 war am Vorabend des Unfalls vom Bauleiter und am Unfallnachmittag vom SC über die vorzunehmende Überführung informiert worden. Weder der Bauleiter noch der Sicherheitschef wussten, welche Wagen beladen waren. Ohne diese Informationen kann das Bremsverhältnis nicht ermittelt werden und es fehlen relevante Angaben für die Zugführung. Also wie viel Bremshundertstel das Gespann erreichte, war einfach auch nicht bekannt. Trinken wir drauf. Prost! Beim Kreuzen in einem Bahnhof ist es zudem möglich, dass ein solcher Zug zu lang ist für das Gleis, das zum Kreuzen zur Verfügung steht und damit den Betrieb blockiert. Menschliche Aspekte lösen der Handbremsenzuguntersuchung. Bei der Zuguntersuchung stellte der Lokführer B100 fest, dass die Baumaschine Puskal S korrekt an die übrigen Wagen gekuppelt war und löste ihre Handbremsen. Er bemerkte dabei nicht, dass die Aushubarme der Baumaschine nicht in der Transportstellung verriegelt waren und das seitliche Profil des Fahrzeugs überrackten. Die technische Bedienung dieser Maschine gehöre nicht zu seinen Aufgaben. Das Zugschlusssignal, das im Rahmen der Zuguntersuchung zu prüfen ist, war nicht angebracht worden. Die vorgesehene Überführung war von verschiedenen Personen in mehreren Gesprächen angesprochen worden. Wie die Analyse der menschlichen Faktoren zeigte, hätte mehrmals festgestellt werden können, dass die Baumaschine Puskal S fälschlicherweise Teil der Anhängelast war. Einige Versäumnisse wurden dadurch begünstigt, dass es Kommunikationsprobleme gab und Prozesse für eine klare Trennung der Tätigkeiten auf der Arbeitsstelle und der Tätigkeiten des Eisenbahnverkehrsunternehmens für die Zugbildung fehlten oder unzureichend waren. Die Befragungen haben gezeigt, dass die dem Unfall vorangegangenen Gespräche von den betroffenen Personen als erfolgreich wahrgenommen wurden. Eine Kommunikation wird als erfolgreich wahrgenommen, wenn sich die Gesprächspartner gut verstanden haben. Die Überführung nach Lys war mehrmals besprochen worden. Der SC war sich sicher, dem Lokführer B100 mitgeteilt zu haben, dass die Baumaschine Puskal S nicht überführt werden sollte. Der Lokführer B100 hatte die Handbremsen der an den Zug angehängten Baumaschine Puskal S mit der Absicht gelöst, diese nach Lys zu überführen. Aus dem Gespräch über das Lösen der Handbremsen ging ebenfalls nicht hervor, dass die Baumaschine Puskal S an den Zug angehängt war. Dies zeigt, dass es im Gespräch zwischen dem Sicherheitschef und dem Lokführer B100 Missverständnisse gab, die nicht bemerkt wurden. Missverständnisse können sich unter anderem aus der Verwendung spezifischer Fachbegriffe, zum Beispiel Aushubwagen, Rino, Puskal S, oder einer falschen Priorisierung der Informationen ergeben. Aha, das hier ist also jetzt mal richtig astreine Analyse der Human Factors. Das ist etwas, was also auch bei Untersuchungsberichten zu Unfällen im Bereich der Luftfahrt intensiv betrieben wird. In deutschen Eisenbahnunfalluntersuchungsberichten findet man sowas immer nur so ein bisschen in Ansätzen erfahrungsgemäß. Die Mitarbeiter eines Eisenbahnverkehrsunternehmens bzw. einer Arbeitsstelle benutzen jeweils für ihren Tätigkeitsbereich spezifische Fachbegriffe. In der Arbeitsumgebung werden diese Begriffe routinemäßig verwendet. In der Kommunikation mit anderen Tätigkeitsbereichen kann dies zu Missverständnissen führen. Wagt es ein Gesprächspartner nicht, nach Präzisierungen eines Fachbegriffs zu fragen, oder versteht er ihn falsch, kann daraus ein Missverständnis entstehen, das unerkannt bleibt. Am Nachmittag des Unfalltags erfolgten mehrere Kontakte zwischen den Mitarbeitern des Eisenbahnverkehrsunternehmens, insbesondere dem Lokführer B100, und den Bauarbeitern der Arbeitsstelle. In der Arbeitsstelleorganisation gab es keinen Single Point of Contact, also eine einzige Ansprechstelle, der sämtliche Informationen sammelte und bearbeitete. Ein Single Point of Contact kann sicherstellen, dass jeder die ihn betreffenden Informationen rechtzeitig und in geeigneter Form erhält. Die Beurteilung der Wichtigkeit der Informationen ist subjektiv und beeinflusst die Kommunikation. Ohne Systematik können wichtige Informationen verborgen bleiben. Möglicherweise hat die fehlende Zugliste dazu geführt, dass der Lokführer B100 die Handbremsen der Baumaschine Puskal S gelöst hatte, ohne sich zu fragen, ob dieses Fahrzeug tatsächlich überführt werden musste. Er hatte keine schriftlichen Informationen über die Zusammensetzung des Zuges. Die Komposition der Rangierbewegung war auf einer Tafel im Büro der Arbeitsstellenkoordination in Bühren an der Aare aufgehängt. Bei der Meldung der Fahrbereitschaft an den ARCO nannte der Lokführer B100 seine Komposition mit der Baumaschine Puskal S. Weder der ARCO noch der Lokführer B100 wussten genau, wie die zu überführende Komposition zusammengesetzt war. Deshalb hat niemand reagiert. Sicherheitsmanagementsystem des EVU Valo International. Die Kumulation mehrerer Funktionen bei einem Mitarbeiter, dieser berühmte Bahn-Support-Mitarbeiter, der irgendwie für alles gefühlt zuständig war, hat dazu geführt, dass das Nicht-Einhalten der Prozessvorgaben nicht erkannt wurden. Der Lokführer B100 verfügte nicht über die vorgeschriebene Streckenkenntnis der Strecke Buswil nach Lüß. Ein Antrag für eine Ausnahme von den Vorgaben zum Erlangen der Streckenkenntnisse wurde nicht eingereicht. Dieser Faktor hat im Unfallablauf zwar keine Rolle gespielt, es zeigt aber, dass die im Sicherheitsmanagementsystem des EVU Valo International vorgesehene Schulung der sicherheitsrelevanten Funktionsträger nicht regelgemäß erfolgt ist. Wollen wir da auch nochmal drauf trinken? Prost! Die Geschäftsleitung von Valo International hatte die Unregelmäßigkeiten, die sich aus der Nicht-Einhaltung der in ihrem Sicherheitsmanagementsystem festgelegten Vorschriften ergeben haben, nicht erkannt. Ist das jetzt ein Regelverstoß oder sagt die Sicherheitsuntersuchungsstelle hier einfach nur, dass man eben als Geschäftsführer einer Firma am Ende eben für alles die Letztverantwortung trägt? Schlussfolgerungen. Sicherheitsempfehlungen, Sicherheitshinweise und seit dem Unfall getroffene Maßnahmen. Sicherheitsempfehlungen gab es keine, Sicherheitshinweise gab es keine, seit dem Unfall getroffene Maßnahmen keine. Na, das ist doch was. Ja, damit sind wir dann am Ende angekommen. Das war sozusagen mein allererstes internationales Trinkspiel. Ist ja durchaus interessant jetzt zu wissen, dass auch in anderen Ländern am Ende irgendwie die gleichen Probleme wie bei uns in Deutschland gewälzt werden. Ich hoffe, ihr fandet das interessant, seid nicht allzu sehr betrunken und habt vielleicht auch ein bisschen was gelernt. Und dann sehen wir uns demnächst auf dieser Welle. Tschüss.